Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, das ist der 150. Anlauf, weil ich dauernd den falschen Knopf drück. So mein Adventure Map und Kubi haut mich jetzt mal auf. Alter, so ne geile Karte, gib's dir mal. Ich kann das Bild nicht. Ah ja? Wir spielen, wir spielen, wir spielen, wir spielen. Just Jump! Und ja, die Map ist geil, fett und geil. Und hier sind lauter Schweine. Ich muss dazu sagen, dass Kubi und Kalle Spaß hatten und hier ein paar Sachen umbenannt haben. Das ist natürlich voll die Wahrheit. Giannis Hobo sagt, es stimmt voll die Kanne. Also kann ich auf jeden Fall sagen. New Year Mark Crystal Meth ist auch voll wahr. Was natürlich nicht stimmt, ist natürlich... Ah, guck mal, Ass Fick Spalten, da fehlt natürlich was, ne? So, Rules. Peaceful, ist drinne. No Breaking or Placing, ja, ist auch drinne. If you can jump onto a level from natural, ja, ist auch drinne. Ähm, don't just go back to the start of the level. Some checkpoint levers can't be reached from natural terrain. Please don't abuse this and please pack this checkpoint. Und so weiter. Das interessiert eh niemand. Ich will looten, looten, looten. Hast du dich eigentlich mal umgedreht und das Prachtstück auf dem Spawnhäuschen gezeigt? Ja genau, ähm, ein wunderschöner Amspot-Tänis muss ich gar nicht. Oh, es ist ein Buch für Multiplayer da. Ja, wir hören jetzt die Crazy-Schallplatte. Command-Blocks müssen an sein, sind an. End-Dimensionen müssen auch an. Hostel-Mobs-Can't-Spawn ist auch an. Ich liebe die Schallplatte. Ja, und... Hier muss man doch cutten können. Ja, irgendwas. Äh, ich glaube du kannst nicht cutten, aber... Ähm... Lass uns die CD einwerfen, komm. Hab ich doch schon. Achso, ich will aber landen. Die, die Elfer. Ja, die ist voll creepy. Weg damit, die ist scheiße. Ähm, man muss sagen, wir haben die mal kurz... Ja? Ich mach die Schallplatten-Mucke mal lauter, ne? Ja, ja. Man muss sagen, wir haben die mal kurz angespielt, deswegen sind jetzt einige Checkpots schon aktiviert. Aber es dürfte nicht schlimm sein, weil wir brauchen die eh nicht. Ja, weißt du, wir sind einfach so mega gut, aber... Und wir sind eh nicht so böse und machen sowas, also... Nee, natürlich nicht. Äh, ich bin schon bei Checkpoint 31. Weißt du? Oh. Uh. Natürlich noch voll easy jetzt am Anfang. Ja, weißt du, boah, so schwer. Ich schaff's nicht. Kubi, gib mir eine Hand und helf mir hoch. Kacken. Ich geb dir eine Hand und helf dir runter, ey. Äh, warte. Nein! Nein! Ja, aber ich war drauf. Den Checkpoint kannst du ja jetzt benutzen. Ja, ich war drauf. Ja. Ja, normal hättest du mich nicht runterhauen dürfen, ne? Oh, da steht was. Warum? Double tap to forward... Okay, das kennen wir natürlich doch gar nicht. Wir springen nämlich mit Steuerung. Ist leichter. Vor allen Dingen, das... Hä? Kommt hier ins Zeug, wie man in Minecraft sprintet oder was? Ja, der stellt das noch alles vor. Ich finde das aber mega geil. Ist gut, klar, aber das weißt doch jeder. Soll ich mich weitermachen oder auf dich warten? Ja, ich glaube, wir warten aufeinander. Das ist cooler. Ja. Wir sind hippe Kids. Hipster Kids? Hippe Kids. Ja, und Hipster sind wir auch. Auf jeden Fall. Ja, Siggi. Bin durch. Ich chill hier. Was ist... Oh, oh, oh. Sollen wir das machen? Soll ich ein Game-Mode gehen und die nötige Erfahrung geben? Ich glaube, ich komme damit klar. Glaube nicht. Ja, aber ich glaube, du wirst... Also nur, wenn du es jetzt nochmal verkackst. Oh ja, oh ja. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Oh, das schreit nach Hilfe. Und Hilfe gebe ich gerne. Ey, wir können schon wieder noch... Komm schon! Wir können nur noch elf Minuten aufnehmen, gell? Da... Ja, das passt schon. Das war dann eine lange Session. Das ist genug, weißt du? Oh, Profi! Wuhu! Kubis Profi hat da. So, Game-Mode 2. Und? Was ist hier drinne? Neue Schallplatte. Oh, geil. Warte mal, die ist hässlich, die wir hier gerade haben. Mach du die Schallplatte. So Elektro wäre ein bisschen geil. Mach du die Schallplatte. Ich bin schon mal fast fertig. Typ ist das schon mal runtergefallen. Pst. Das hast du nicht gesehen. Ah, du bist schon drüber. Äh, drüben. Kubi. Ey, das darfst du nicht. Warum darf ich das nicht? Weil du ein Challenge schon geschafft hast. Ach so. Okay. Dann, dann sorry. Na gut. Dann musst du auf dem letzten Block warten. Und dann kannst du das machen. Aber nicht, wenn du den schon geschafft hast. Okay, alles klar. Drecksack. Jetzt gleich Assassin. BAMES! Alter, wo? Alter. Ich war auf der anderen Challenge. Ich habe die nächste Challenge geboxt. Ich hätte da stehen bleiben können. Alter, richtig von oben weg gesmashed. Ich hätte gezählt. Hätte auf jeden Fall gezählt. Weil ich war legitim. Ja klar. Du bist ja nicht irgendwie hoch. Hast dich hoch geworden oder so. Noch nicht. Nee. Alter. Nein! Oh, oh, oh. Gott! Hat der was verkackt? Hat der echt... Ist der echt nicht geschwungen, ne? Oh, ist das blöd, ne? Weißt du, ich denke mir noch so, soll ich jetzt hier warten? Nee, ich mache es lieber fertig, weißt du? Weißt du, was ich dann machen kann? Dann kann ich nämlich sowas machen, ne? So vorbereiten, so. Weißt du, du brauchst Erfahrung, um den Sprung zu schaffen. Magst du vielleicht mal anmerken, dass die letzten Challenges, dass wir die nicht machen werden? Dass wir die machen werden, aber die sind ganz einfach. Die sind echt super einfach. Die sind auf unserem Level. Also mehr als auf unserem Level geht gar nicht mehr. Nee. Die werden wir halt mit ein klein wenig Hilfe machen. Werden wir? Ich fahre gerade los. Oh nein, der fällt bei mir auch runter. Ey, wie schlecht. Ich bin irgendwie dann... Als ich dich geschlagen habe, dann hat der Aufgabe zu sprinten. Das ist meine Aura. Das ist dein Pimmel, der so klein ist. Jetzt erfiss ich dich auch. Oh nein! Ey, weißt du, noch 8 Minuten an das Konfib. Wow, ey. Wow, hi! Boah, ich schmeiß dich erst mal hier rum. Ja, ich hab noch 60 Flach. Hä? Wieso fehlt dir die Tür? Wat? Äh, okay. Nein! Ja, scheiße, wa? Dauernd rollen hat's irgendwie nicht so, ne? Sollten uns schon so irgendwie... Mäßig... Ja, weil hier kann man einfach nicht cutten. Ihr seid immer nur drüber geschlagen. Weil hier kann man einfach nicht cutten. Weg hier. Nein! 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 Das Sprung ist gar nicht cool. Überhaupt nicht. Nee. Bei welcher Challenge... Bei wie vieler Challenge sind wir eigentlich? 88, glaube ich. 88? Dann sind wir von voll weit. Verdammt. Zunug. Stage 10 sind wir. Was laberst du 88, ey? Und ich hätte... Ich hätte dir vertraut. 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 Ha! Da macht er... Ich hab's geschafft. Da macht er's noch, ne? Ja, Siggi. Piu. Du brauchst noch einen Moment. Ja, gib mir noch 10 Minuten. Ich brauche alles Erfahrung, weißt du? Ich brauche einen Anreiz. Ey, du darfst nicht hauen, ne? Merkst du? Ich weiß. Biatch. Nein, nicht schlagen, nicht schlagen, nicht schlagen. Oh! Ah! Nein, ich bin gesprungen. Ich bin gesprungen. Warum bin ich gesprungen? Nein! Nein! Ja, jetzt haben wir die Arschkarte, mein Freund. Das ist ein Scherz, oder? Warum legst du hier ein Bett hin? Warte, mach nach und leg dich rein. Okay. Das ist einfach so scheiße, unlustig, lustig. Warte, 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 warte. Kobi, gib's dir, gib's dir. Kann man cutten, ja? War ein Versuch wert. So ein Mongo, ernsthaft. Und dann schafft er es nicht mal, ne? Oh, oh, ich hatte es sogar vorher gesagt, als du es noch nicht mal... Ich bin drüber gespründet. Ich war voll der Prophet. Schade, das hat keinen Effekt. Warte, dann machen wir das mal. Ich hab super Handrang, jedes Mal. Ja, ich auch. Oh, oh. Wir haben noch fünf Minuten, ne? Na dann sprinten wir mal hier durch, gell? Machen wir das mal direkt. Ja, komm, viel zu viel. Oh, oh, zis. Da, friss. Was hast denn du für Potion? Äh, goldene Äpfel, ja. Du hast goldene Äpfel. Oh, man. Tut dir nicht weh, wenn die einander knallen. Die tun richtig weh, wenn ich dir vor die Nüsse feuer. Nee, weißt du, goldene Äpfel. Du musst ja überlegen, was für eine Wirkung das auf dich hat. Mach auf. Dass du eine Wirkung das auf deine Klöten hat. Alter. Schön runtergerannt. Oh, meine Fresse. Du hast wieder verkackt. Die stinkt nach Scheiße. Warte, 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 warte. Wo war das gute Argument geblieben? Oh, es gibt kein gutes Argument. Hä? Den schafft man nicht. Ah, ich weiß wie. Ich weiß wie. Ich weiß wie. Ich war ja auch schon drauf. Und unten rechts ist Avira, der mich hier ankotzt. Äh, wenn wir auch immer, ey. Scheiße. Ich glaube, du musst, wenn du drauf bist, du musst da so voll so auf, auf, ähm, auf die Shift-Taste fappen. Auf die Shift-Taste fappen? Ja, so richtig, richtig drauf. Ja geil, dann klebt ihr aber. Richtig drauf gejizzed. Du bist, bist. Benutzer betrat Kanal. Scheiße. Ach, recht, bei uns? Jetzt! Achso, du bist. Äh, nee, bei, bei, äh, Mumble. Du bist schon in Mumble? Ja, ich nicht. Das wäre sonst richtig gay. Ja, ich schildere schon seit einer halben Stunde. Das wäre sonst richtig gay, wenn ich in Mumble wäre. Verbanden? Oh, ey, ich hätte sie klatschen können. Ihr redet einfach auf fünf Sprachen gleichzeitig, ne? Verbanden? Du verstehst nichts von der. Ja, das ist, das kannst du aber auch stellen. Das ist eine multikulturelle Asiaterin, wollte ich gerade sagen. Ich habe die Hure nämlich auch ausgestellt. Alter, ich berühre das Ding, ich bin an dem Ding drauf, aber es ist zu wenig. Ich verstehe es auch gerade nicht, hast du das verrückt oder was? Ich habe nichts gemacht. Ja, ja. Ganz normal geschafft? Ja, klar. Ne, Profi geschafft, ja, also professionell. Ah, er sagt es selber. Sei ruhig, Alter. Komm, geh mir aus dem Weg. Weißt du, ich bin so mega gut erstmal und dann BAM. Scheiße, ich sage, du schlägst mich. Und dann kack, verkackt wie ein Stück Nudel. Dann sagen, probieren wir es beide noch einmal. Ich habe es doch gerade eben geschafft. So, die ganze Challenge hier, ne? Oh, ich bin ein Babo. Ich bin so ein Babo. Nein, nein. Falsche Taste. Falsche Taste. Nein, wie schlecht. Nein. Geh, geh weg, geh mir aus dem Weg. Okay, ich würde sagen, kann man eigentlich beenden jetzt. Ne, warte, wir machen diese Stage noch. Die ist easy. Die Stage 12. Ne, ich habe Haar getragen und es geht gleich los. Guck mal, guck mal. Ich habe dich schon. Du bist so ein Drecksack. Hey, Jeremy, guck mal her. Ich mache dich fertig. Wie, erfrisst du das? Komm, wir machen die Challenge jetzt noch. Okay, ja, sorry, sorry. Ich habe so manchmal Tourette. Irgendwann knall ich dir meinen Pimmel ins Gesicht und dann kannst du sorry sagen, so oft du willst, aber ich werde keine Gnade spüren. Also, ich bin durch, gell? Du bist so ein Mongo. Ich leg dir da was hin. Das ist voll nett von dir. Du kannst dir holen, wie so ein dummer Kölscher. Okay, wir sind hier. Welche Challenge ist das? 13. Gut, ich denke mal, jetzt können wir auch Pause machen, ne? Ja. Dann müsste im nächsten Mal, war richtig die lange Folge. Du hast mich hier nicht runter. War richtig die lange Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.